Heute hat Thürnesse gegen Standard Lüttig 2-0 gewonnen, Tore sind in der 37. Nation und in der 73. Rieder, dadurch ist Standard Lüttig 4. Thürnesse auf Platz 14. Insgesamt haben sie siebenmal gewonnen, viermal in den Skiespiel und viermal bisher gegen Lüttig verloren, dafür dass Lüttig, glaube ich, eine längere Zeit schon auf dem ersten war. Überrascht mich das im Nachhinein schon, dass sie jetzt so viele Spiele verlieren, aber man kann nicht immer gewinnen und wenn man halt nicht die Nummer 1 Spitze ist, dann hat man meistens sowieso kaum eine Chance, aber die Saison ist noch lang, kann noch viel passieren, deswegen kann man noch nichts wirklich dazu auch ganz ehrlich sagen. Trotzdem, man kann dazu sagen, die werden wahrscheinlich schon in Europa vielleicht wieder zu sehen werden, weil dieses Jahr sind sie ja nicht in Europa und das wahrscheinlich deswegen, weil sie die Qualifikation nicht geschafft haben, wenn sie überhaupt in der Qualifikation qualifiziert waren.